Tag, servus und hallo zum Donnergurgler. Hier geht es wieder um die Dinge, die kein Mensch braucht, aber trotzdem Spaß machen. Und heute habe ich ein klitzeklitzekleines Set dabei und zwar von Sembo, den Kranwagen aus der Zoomlion-Reihe. Da gibt es mehrere. Das ist letztes Jahr im Juni 2022 in China erschienen und ich glaube auch kurz danach in den deutschen Shops aufgeploppt. Das ist die 705102 mit 228 Teilen. Kostet es um die 11,99, 5,3 Cent. Das gute Stück wurde mir vom Käpt'n Baubeer zu Weihnachten geschenkt und habe sie euch in einem Haul gezeigt und ein paar Leute meinten, ach kommt, macht doch ein Review zu. Also euer Wunsch ist mir, die fehlen jetzt nicht, aber mache ich doch gerne. Also schauen wir uns das kleine Ding an und ja, klein trifft es ganz gut. So, Schachtel, die finde ich schön. Da ist alles drauf, was sein muss. Und hier unten noch so ein Hologramm mit der Serie. Difficult, 3 von 5. Difficult ist das nicht, 6 Plus passt. Und genau. So, in dieser Schachtel ist wie bei Sembo üblich so ein Innenkarton, aber immerhin bei der kleinen Schachtel kein Griff zum Wegschmeißen. Das kommt in kleinen Tütchen und keine Bauabschnittsunterteilung ist bei der Größenordnung auch okay. Mir sind drei Teile, wenn man sie denn sehen kann, drei Teile übrig geblieben. Und eine Plate, einmal zwei, bin ich mir nicht hundertprozentig, ob sie gefehlt hat oder nicht, denn kann auch sein, dass sie unter das Sofa gefallen ist und ich habe es nicht gemerkt. Mir hat auf jeden Fall eine einmal zwei, habe ich, gerade ging auch so, will aber nicht beschwören, dass ich sie, dass sie nicht mit drin war, weil Sembo ist normalerweise, ja, von, von, Fehlteile gibt es bei Sembo eigentlich sehr selten. So, was echt ugly ist, ist diese Tapete. Wir reden hier mal schnell von, auf dieses kleine Modell, 54 Aufkleber. De facto ist man bei 2, heißt auf ein Viertel der, nee, warte mal, nee, ähm, aber man, gefühlt klebt man über Unmengen, Bricks, Aufkleber und tapeziert mehr, als man baut. Ich habe tatsächlich fürs Bauen weniger Zeit gebraucht, als das Aufkleber aufbringen. Ähm, die Aufkleber sind okay, aber es ist natürlich absurd. Also da ist ein Speedchamp, nix dagegen. So, wir haben am Anfang, und wir haben hier die einmal zwei gefunden, die mir fehlt. Da war sie drin. Okay, wie gesagt, Sembo, keine Fehlteile. Okay, wir haben hier vorne ganz viele Anweisungen im Mandarin, wie man was tut und dass man nicht drüber streiten soll und das nicht essen soll und so weiter. Und, genau, aber nicht auf Deutsch. Und dann haben wir, ja, eine Anleitung, die auch vom Druck her das Problem hat, dass sie so dunkel gedruckt ist, dass es echt schwer ist, die Noppen zu erkennen. Die Bauschritte sind zwar eigentlich groß, aber die Fläche, wo dann das Bauteil ist, ist doch sehr klein. Ähm, braucht man gute Augen. Aber es geht schon, da immer auch rot markiert ist, wo was hinkommt, alles schön. Das Design an sich mit dem Grün und so, finde ich auch sehr passend. Aber dann kommen halt solche Seiten und da sitzt man wirklich so lang, um die Aufkleber da anzubringen, wie bis zu dem Punkt, wo man es gebaut hat. Da geht dann was, da tapeziert man das Ding und da ist das Ding. So, ihr seht, alles, alles Aufkleber. Aufkleber, Aufkleber, Aufkleber. Das ist stabil gebaut, hat einen Schwenkarm, den man auch nach oben drehen kann und hier dann unten in die Noppen so einrasten kann. Kann man hier drehen, genau. Was man nicht kann, ist, das Seil irgendwie groß bewegen. Wenn man so viel Kraft aufwendet, wie ich gerade, fällt das auch mal ab, aber. Genau, und ich habe hinten etwas viel Luft verbraucht, viel Schnur verbraucht, um es festzubinden mit meinen Wurstfingern. Sonst würde das wahrscheinlich so ein bisschen weiter runter gucken. Aber die Schnur ist knapp bemessen, sagen wir mal. Genau, das kann man so und so. Aber hier gibt es jetzt keine Tür und gar nichts. Also das war eher so ein bisschen das, was ich jetzt schade finde. Es wirkt so im ersten Moment, als wäre es so ein Minifix-Scale, ist dem nicht so. Also das Ding ist wirklich klein. Wir messen es mal kurz, damit wir geklärt haben. Das ist 21 Zentimeter lang, was ja noch okay ist. In der Höhe sind wir hier aber gerade bei 5,5 Zentimeter und in der Breite bei 5,5. Es ist also kein Minifix-Scale. Ich kann mal kurz, habe ich eine Minifix hier irgendwo. So, hier mal zum Vergleich. Das ist die Minifix. Schade, denn das würde natürlich den Spielspaß weitaus erhöhen, weil so weiß ich jetzt nicht. Klar, man kann mit dem Ding rumfahren und es rollt auch so wie es soll und man kann da bestimmt als Kind spielen, wenn man mehr so Dinger hat. Aber der Spielspaß wäre jetzt natürlich in Minifigurengröße und man kann da irgendwas reinsetzen. Sembo hatte ja auch eigene Figuren, wenn ich mich richtig erinnere. Dann würde das mehr Spaß machen. So, um es nicht in die Länge zu ziehen, das Ding ist ein schönes Design. Das klemmt sich nett dahin. Schöner, kleiner Bild. Die Farbkombination finde ich wunderbar. Also das Slime Green, das leuchtet richtig schön und macht Spaß. Die Teilequalität ist toll, überhaupt keine Probleme. Tolle Klängenkraft, Aufkleber, zwar eine Menge, aber auch. Und ich kann bei Kindersets mit Stickern auch umgehen. Aber ein komplettes Modell zu tapezieren ist dann doch eine harte Nummer, weil es, ja, weiß auch nicht. Sieht zwar dann am Schluss schon ganz gut aus, aber ist schon nicht schön. Und schön wäre, wie gesagt, im Minifix, gell? Für 12 Euro ist das ein kleiner, netter Bild, den man zwischendurch bauen kann. Und wenn man von der Serie, gibt es ja noch vom Raupenbagger bis was weiß ich, was. Ich verlinke euch natürlich in die Käpt'n Baubär-Boutique. Da könnt ihr mal stöbern, was es da gibt. Oder auch bei eurem Händler des Vertrauens sollte das nicht die Baustein-Boutique, sondern die Klemme in Wien sein oder Tims Klemm-Bausteine oder wie auch immer. Schöner kleiner Bild. Danke, Käpt'n, dass ich es bauen durfte. Denn gefallen hat mir die Serie. Jetzt weiß ich, dass sie mir zu klein ist. Wie seht ihr das? Für, ja, ist nichts für eine Stadt, aber für, ist auch nichts. Stellt man jetzt ins Regal unter, steht es. Und guckt mal, Spaß gemacht hat es bis aufs Kleben. Lasst euch gut gehen. Das war der Donnergurgler für heute. Klemmt euch nicht die Finger ein. Bis zum nächsten Mal.